Okay, ich gehe mit denen, da auf. Kuh-Wulf. Kommt da, da lehnen, nisch bis rammat, chepel, bichamai. So, die Gemüra. Inzahlt mir du, Kuh-Hai, um mit Baiz, hinten. So, die Gemüra. Tanja, wie immer nur Luzer-Oymer? Einmal ein bisschen mit Zri. Zri ist, ähm, Kymteros von der Bäume. Es ist, ähm, Syrup. Es heißt, Syrup, wenn es Kymteros von der Bäume wird. Einmal ein bisschen mit Zri, mein Tama, und mir aber mit dem Tuch schreiche ich heute, was du schmeckt, Zirup, gewählte ich, dass Zirer es schmeckt. Ist, ähm, Gazeir ist, ähm, ist Tappik, mein Mann. Ich hoffe, ich habe heute, wenn ich es nicht benutze, wenn ich es nicht benutze, weil es schmeckt. So, die Gemüra, wenn er nehmt er aus, der Luch ist, muss ich, wenn er nehmt er aus, wenn er lebt, was er brennt, ist er auf Mechabe, heißt das Auslöschen. Du kannst schon gelöscht nicht aus der Feier, aber wir balken mit dem, ähm, Lama-Zunger, gehad Öl in einer Keile. Und als er wird es gebrennt, zwei Schuhe. Und als er nehmt er aus, wird es, macht er es auch brennen, weinige, heißt das Mechabe. Wenn wir es mal besachen, später, wenn wir es echte, Luchheir ist es, sag Römer, das müssen wir noch mal besachen, aber kaputt noch heißt das Mechabe. So, die Gemüra, wenn er nehmt, wie Allah es schmeckt, dann kommt er, wenn er nehmt, wie der Öl ist, dann kommt er auf Mechabe. So, die Gemüra, um er heilt, wie er lebt, wie er nehmt, wie er nehmt, wie er schiebt. So, sag das andere, sag das andere, was er fliegt. Wie bald, weil der Messias ist, der Öl, so die Gemüra, es klebt sich nicht so stark in die Knoit, es macht noch, dass der Feier solle, es springt, es macht, dass der Feier solle wegspringen. Und meine, kommt er, als kein so ein Tuntz in der Hauss, als es wird ein Feier in der Hauss. Es ist nicht neuer, dass es praktisch ist, dass man auf dem Feier in der Woche setzt, der auf dem Feier in der Woche, ist es klar, dass man auf dem Feier solle wegszü activate. Aber bei Schabbes, kann ich nicht mehr auf dem Feier solle weg, sondern wir kommen dann auf dem Feier solle weg, dass es nicht mehr auf dem Feier gibt. Aber dann kommt noch ein Tuntz in der Hauss. Du Siehst, dass du eine Tume solle wegschädigst, das ist ja so eine Teme. Euer war er. Er war nicht praktisch. Es ist praktisch. Es ist ganz praktisch. Zascha. Deutsch, die heißt, ein, ich will alles prendre an das Haus, es sollen nicht zinnern mit Zirao abend zwei Tagen, ein Tag ist der praktische Sache und ein Tag ist der hellos Fach. Die erste Frage ist, wenn ich auf sie pushe, wenn man warte, wenn man sieht, heute ist das hellos Fach und ich sage das, dass er sich in die Welt Ich kann mich nicht so oft keine Zeit über die Gesucht riots. Ich habe jetzt auf pumping zu werden. Also, wenn die Gmura bringt, die Gmura bringt, das führt zu dem Gemur zu dem die Gmura, die Gmura kam, das kommt an der Schwieger, die Gmura der Schwieger, die Gmura, Wenn jemand sagt, dass er ein Mann mit zwei Frauen ist, dann ist er ein Mann mit zwei Frauen. Aber der Schwieger mit dem Schnee ist nicht derjenige. Weil die Zweifel, also die Zweifel vertrugen sich nicht so. Wir können nicht mehr sagen, dass sich mit einem Menschen zu sündigen. Weil das ist nicht so. Es gibt eine gewisse Competition zwischen dem Schwieger und dem Schnee. Jeder eine fehlt, der Schwieger fehlt, als die Schnee hat sie in ihrem Sinn. Und in dem Sinn fehlt, dass die Mutter nicht vergisst. So ist es nicht so, dass du dich in die Brie gelegt hast. Das ist eine gewisse Competition. Aber die Gemeinde bringt, dass er sehr stark ist, dass der Schwieger fängt an den Schnee. Oh mein Gott, ich schaue dich. Geil, mach dich schein, wenn du dich mit einem Farsamann. Geil, mach dich schein mit einem Farsamann, mit einem Zirup. Geil, das ist der Weinen und Schein. Das ist der Weinen und Schein. Alles ist nicht gescheit. Sie hat sich schein gemacht. Denn was ist, wenn sie gekommen sind? Amal, sie ließen sie schregen. Das heißt, jetzt mach dich schein mit einem Farsamann. Mach dich schmecken, dich. Jetzt geht es in Licht. Alles ist in Licht. Alles ist in Licht. Einfach bin ich hier, dass ich die Feuer in die Brie gelegt habe. Und ich habe auch gesagt, dass ich die Brie gemacht habe. Ich habe auch gesagt, dass sie die Feuer in die Brie gelegt hat, dass sie die Feuer in die Brie gelegt hat. Und sie fliegt. Sie ist gegangen von einem Part zu der zweiten Part. Meile, bring dich um die Mutter. Sie sind so, dass sie für sie gesucht hat. Und sie fliegt. Sie macht eine fliedige Feuer. Und sie haben Rat und die Menschen von Israel. Und sie haben rausgetrimmt die Ichin von Israel. Und die übrigen Menschen von Israel. Sie haben die Hirschen in den Zweraden und die Zweraden überall übergelöst. Und die Zweraden beträgt die Wöchung. Die Hoffnung von Menschen mit einem gehergeen Menschen. Sie haben die immer wieder geschenkt. Sie haben überall gewollt. Sie haben überall gewollt, und sie haben überall geholfen. in der nächsten Ruhl faszam ein paar Nusser, faszam Interessen. Ich liebe eine Tatschle, Körme meint, weil ich das Sache war ein Weingärtner, in der Gewalt, dass die Jiden überlassen sollen, weil sie keine Kehrnehmer von den Weingärtnern sollen. In Joigwim, der Paschfus meint Joigwim, wenn sie machen den Wein, weil es man nimmt die Trauben und zerpresst es, heißt es Joigwim. So die Gummura, aber es meint etwas anderes. Meint nicht, dass es ein Typ gelöst ist, dass es einen Weingärtner haben. Es meint etwas steuerer wie Weingärtner. Körme, so die Gummura, tun wir, wie alles in der Melagte-Affarsamen. In der nächsten Ruhl wächst das Sache, der Farsen, man nimmt nur aus dem Syrup von den Bäumen. Dort habe ich dir gemacht, dass die Bäume und den Syrup von den Bäumen ist, Körme ist ein Luschen von zusammennehmen. Was sagt, dass es ein Schemmeer-Mischl von Akehren. So die Gummura, Körme meint, dass sie in der nächsten Ruhl wächst das Syrup und es ist noch teurer von Akehren, von den Weingarten, hat er gesagt, dass ich wieder gelöst habe, dass es kein Oben, mehr Engedi hat Ramse. Finde ein Engedi, in der nächsten Ruhl da Platz heißt Engedi. In der Ruhl ist auch der Platz, von dort ist du, wo es der Farsen ist. der Berg von Zier bis Schaifen, so die Gummira das heißt Joigwim. Joigwim ist ein Luschen von, wenn man zerklabbt, man zerklabbt die Sache, so wie die Trob, man zerklabbt die Trob mit Russen und mit dem Wahn, so die Gummira, man zerklabbt die Lusen und die Russen und mit dem Blut, wenn ihm das heißt Joigwim. Hat er immer gesagt, dass die zwei Sachen, dass du speziell in dieses Ruhm hast, was er will, die Gummira will herausbringen, als Thomas erlängt eine Nacht, er hat immer gesagt, dass man zu machen Wahn. Es sagt, wie sie wachsen und wie sie machen Wahn. Hat die Gummira getan, dass er in seinen Raden wird von dem nicht gedacht, überlassen, so du weinen noch Plätze in der Welt. Aber die zwei Sachen, die man kann lösen mit den Erfahrungen, man weiß, dass du speziell in dieses Ruhm mehr von anderen Plätzen. So die Gummira tun mir Abuna. Einmal liegt in der Tübel, in der Schaub und in der Schaub. In der Tübel ist es in der Tübel. Es heißt, Tübel ist in der Tübel geworden, nicht Tübel, wo es in der Tübel geworden ist. Tübel ist in der Tübel geworden. Es ist damals so, wie man weiß, also Tübel ist noch nicht der Urgen, man kann Tübel sein was anderes. Jetzt, Tübel ist in der Tübel geworden, darf man geben für die Köhne, im Satz, Tübel darf ich geben für die Köhne. Eul ist in der Tübel, auf viele der Köhne kann nicht essen, kann nicht die Anlage sein essen, aber die Köhne kann nicht nutzen, umzünden nach Lecht, sind wir gleich nicht. Ja, Tübel ist in der Tübel, ist mit der Behandlung, sind wir gleich, mit einem Unzünden. So die Gummira, wenn jeder gehört Tübel, Tübel meint noch ein Stück, das Tübel ist in der Tübel, ist es ist Tümer geworden, so die Gummira, ist die Esseru und Türo erwarten nicht zünden, weil er darf es geben für die Köhne, der Heilige Kattümer, der darf ich geben für die Köhne. Die Gummira, die Gummira, die Köhne ist in der Tübel, aber noch ein Stück, das Tümer ist in der Tümer, ist, dass die Köhne echt, die Tümer ist in der Tümer, in der Tümer zünden. Einmal liegt, so die Gummira, einmal liegt mit Tümer, in der Tümer ist in der Tümer, und eine Tümer ist in der Tümer. Das Tümer ist in der Tümer ist in der Tümer, und die Gummira hat auch oft gesagt, das Tümer ist in der Tümer ist in der Tümer, soll man nicht, was er mitzuhören ist, aber ich möchte gerade schon mehr jahrtet. Gedenkt? So die Gummira, ist einmal blicken, einmal blicken bei Tümer in der Tümer in der Tümer, bei einem zurücklösen bei der Tümer in der Tümer. Und in der Tümer ist es nicht. Verbrauchst du mich nicht in der Tümer in der Tümer in der Tümer, weil ich darf es geben für die Köhne, und im Gehen in der Tümer, und in der Tümer liegt jemandem über die Köhne. In der Köhne liegt jemandem mit dem Tümer, was er eine Tümer macht die Köhne, und die Tümer ist in der Tümer, und das Tümer macht das Wasser mit dem Tümer. Und natürlich wird er noch Zeit empfehlt, dass er eine Tümer macht die Köhne. Also wird er ein Schmerz beitbart, weil er die Tümer macht den Köhne, und dann muss er auch viel stops sein, das Tümer macht die Köhne. Like, was er anfangen wird. Aber die Tümer sind in der Tümer. Doch der Tümer ist in der Tümer, Weil ich zwei Trimmers, ich habe zwei Trimmers gekostet mit dabei. Ach, das Trimmert Heure und Ach, das Trimmert Heure. Was ist Trimmert Heure eigentlich bei einem Schaß-Sarim und Weilech? Also wie Trimmert Heure? Mach die Koine nur an oben, nur noch, dass es nicht gut ist. Wenn die Koine hat auch ein Table. Die Koine. Wenn die Masse der Trimmers nicht gut ist, dann geht es nicht gut für ihn. Du kannst die Koine nicht benutzen, bis er allein machte die Frusche. Da habe ich dir gewollt so, wenn die Trimmers nicht gut ist, wenn die Trimmers nicht gut ist von der Table, auf Trimmert Heure eigentlich bei einem Schaß-Sarim und Weilech. Aber wenn die Trimmert Heure gesagt, das Trimmert Heure ist ein richtiges Koine, mit einem Schaß-Sarim und Weilech. Das ist eigentlich gut, die petern und Weilech sind. Die Trimmers nicht gut, wenn die Trimmers nicht gut ist, da kommt eine Trimmerschein, aber der Trimmerschein wird verurscht. Das ist eine Trimmerschein, und das ist immer wieder durch eine Trimmert Heure. Its Schaß wird verurscht. Der Trimmerschein ist überall ins Schaub, der was das im Schaub und des Neutерitchat, wo ist das Trimmerschein? da kommt der Trimmerschein, da kommt der Trimmerschein. Aber das kommt da nicht aus der Frucht. Weil wenn du an den Schabbat bist, dann kannst du sagen, es kommt raus von der Beine, so wie Eilbeirten. Die Gummire in Zerih kommt von den Bäumen, so ein Jürz und mann nur jetzt. Und dann wird es ein Jürz und mann nur jetzt ein Jürz und mann nur jetzt ein Jürz und mann nur jetzt ein Jürz. Jeder sagt, es kommt raus von dem Holz allein, es kommt nicht raus von der Beine, tun wir nicht hin, weil es nicht geht, weil es nicht geht. Dann kannst du sagen, es kommt raus von der Beine. Und wenn du in der Beine, die Leute in der Beine, dann musst du nicht schämen, du willst es nicht, wenn du nicht schämen, dann kannst du nicht schämen. Ich darf nicht nur, wenn du nicht schämen, weißt du, wenn du nicht schämen, Nur schämen ist es, schämen ist es, brennt in die Pflege, nur mit schämen ist es, wenn man schämen kann. So, wenn du nicht schämen, so wie ich ein bisschen anregler, weil ich mir jetzt nicht aufgerät muss, ich habe mir immer die Kopf gerät, auf der Betarfen, das macht es so schwer in deinem Leben, aber ich kann nicht schämen mit schämen. Das heißt, Wir haben noch ein Schemen von Sesame Seat. Wir wissen, dass es ein Schemen haben, von Walnuts. Or, wenn wir uns alle Schemen haben, das ist nicht Verf足. Oder wir wissen die Schemen haben, das ist ein Schemen aus dem Feigern, sondern es ist eine Luft. Wir wissen, was macht das Schwert das Leben? Das muss nicht das Werk, das ist nicht jeder hat sich in der Zeit, sondern eigentlich, was andere kommt, das ist ein bisschen, aber wir wollen mit allen anderen Sachen, wir wollen mit dem Geist, wir wollen mit dem Geist, wir wollen mit dem Geist, wo es kommt, was kommt raus von Zephaz, in der Zeit, wir wollen mit dem Geist, über die Luft, über die Luft, wenn wir alle Geist, wo es kommt, jeder sagt, es kommt raus von Fleisch, von der Bauchai, ist nur ein Geist, aber nicht von der Heimat, so muss er immer sagen, dass er alle Sachen in der Mischung steht, in der Mischung steht, in der Mischung steht, und er sucht auch, dass er nicht geist. Für die Geist, ich bin hier, in der Mischung steht, weil er ein bisschen Silber hat, in der Schemen, wo die Gemeinde, der steht an demnest, dass es noch nicht so will. So sieht es, dass es also, wenn man nicht mit dem Eilen sieht, dass es besser ist. Aber wenn man nicht mit dem Eilen sieht, wenn man nicht mit dem Eilen sieht, dass es nur ein Eilen sieht, wenn man nicht mit dem Eilen sieht, Wir werden es machen mit mir. Tandir, ab schon mal unsere Räume. Kalle jetzt in der Welt, ein bei mich im Schulich im Schulich. Jede Schöne, was man macht, wo es kommt, wo es wächst, muss man kappen. Kappen wächst. Ja, also du Linn, also du Kappen. So die Gemüse, jede Sache, wo es wächst, so die Gemüse, wenn man gemacht hat, man gemacht hat eine Latte. Von 3 bis auf 3 bis auf 3 bis auf 3 bis. So die Gemüse hat das nicht ganz Thema. So die Gemüse, Kalle jetzt in der Welt, ein bei mich im Schulich im Schulich. So die Gemüse, so die Gemüse, eine Sache ist mit Sachen, aber mich bedeckt bei dem der Säcke. Ich muss sagen, ich nehme ein Stück aus Schöne. Wenn das Schöne gewinnt, 3 bis auf 3 bis auf 3 bis auf, nicht das große Stück aus Schöne, das kleine Stück aus Schöne, und das bedeckt der Säcke damit. So die Gemüse, das Kuschel. Ich muss sagen, ich nehme ein Stück auf Karten. Wenn man Sache gewinnt, das Säcke, so die Gemüse ist der Kuschel der Säcke. Ja? Chitspäischten, Osepäischten, Linn, so die Gemüse, ob ich ja gemacht habe, von 3 bis auf 3 bis auf 3 bis auf, so die Gemüse, nein, nein, das ist das Linn, Linn, so die Gemüse, hat das Schöne beiget, aber vielleicht waren es 3 bis auf 3 bis auf. So die Gemüse, so die Gemüse, Karten, so die Gemüse, ich habe gemacht, 3 bis auf 3 bis auf 3 bis auf, das ist nicht mehr Kabelthema. Weil er lernt, das Schöne beiget, ist nicht, wenn es das Bichten. Ja, das habe ich gesagt, ich habe es schon ein schöner Mann, dass du es schiebt, mich gesiebt hat, und du weißt, in der Post kamen, steht das Paper, Tissues, ja nicht mehr Kabelthema. Wenn eine Frau, muss sie sich auf, wenn sie trefft, er hat die Steine, auf der Tisch, ja steht in der Post kamen, also nicht mehr Kabelthema. Fragt, fragt, dass die Schöne, dass sie nicht mehr Kabelthema, so machen wir so, dass sie nicht mehr Kabelthema, dass sie nicht mehr Kabelthema, so dass man sie nicht mehr Kabelthema, so dass man das Bicht schreibt, na 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 na, und man macht das Bicht, auf jeden Fall macht das mit dem Tisch, und von allen Schönen, was man macht das Bicht, das ist jetzt im Gedanke, dass es das Bicht, ist es mit Kabelthema. Wenn es nicht mehr Kabelthema, dann sagt man, man sagt, man hat die Pett, wenn man geschmissen, ist es nicht mehr Kabelthema, das ist ok. Aber wenn es ist mehr Kabelthema, einmal man macht das Ziere von der Bicht, ist es mehr Kabelthema. Der hat die Mutter redet, wenn es nicht mehr Kabelthema, dann hat sie dann gemacht, dann macht er drei Hetzbuss auf drei Hetzbuss, er hat genommen, er hat genommen, musste Watt und gemacht dafür, eine Fede, und gemacht dafür, eine kleine Schöne, eine kleine Scheure von drei Hetzes auf drei Hetzes, so die Mutter ist ja nicht mehr Kabelthema, wenn er überdeckt, dass er damit zu überdeckt, auf seine Säcke will, ich weiß schon, was er sich dazu behalten, ob er sichDAB-. Nein, aber ich muss einen Kitzel, es ist ein Kitzel, in der Eizung. Er wird ausbreitet, auf seine Säcke, es ist eine Kuschel, das Säcke. Die längeren nicht, so die Mutter, weil sie lernen, Er sagt, 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 Er sagt,